Ich will nicht. Was? Leck mich! Ich will nicht. Hau ab! Hallo! Pinsel! Ja, ja, ja! Oh, ich folg' ja schon deinem Mutters Fischgeruch. Just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. What? You? You? Fuck you! You? Man, I'm hungry. Hey, today's pizza day down at the cafeteria, right? Was? Actually, I think it's tuna casserole. Oh, goddammit. I don't language! Pick in English! I don't know what it is about that pizza, but it's delicious. Tuna casserole on the other hand is a disgusting abomination and it should be locked up in here with the rest of these freaks. Okay, Motherfucker! Klingt das so wie Wolfenstein hier. Alter! Was? Well, we're here. Just get in there and follow all the instructions and, uh, you'll probably be fine. Tanga-Arsch! Tschüss! Maskensau! Fick you! Drecks Arsch! Huh! Was ist denn hier los? Freigang? Was ist das denn für eine Missgeburt? Huh? Was ist das denn? Class D? Class I? Huh? Hallo? Bibi-Born? Neee! Oh, ich hab mich sogar noch einen Fehler gemacht. Was ist hier los? Geh mal vor. Ey, Jack! An endgültelöser. Geh mal vor. Ah, okay. Fick you! Fick you! Ah! Nein! Was ist hier los? Alter! Was ist das? Ah! Fuck you all! Mann, ist auch Bibi-Born ein Fehler gemacht, ey! Alter, was war das denn, ey? Vinylkack hoch drei! Vinylkack hoch drei! Shit! Frau Schmidt! Schon wieder neu beginnen! Oh! Neuer Name, wieder mal! Der... Irre... Dennis! So! Es reicht aber hier! Lutschgemüse, du! Das kann aber nicht wahr sein, hier! Die alle bekloppt, oder wat? Wollen wir wetten? Schon wieder im Bett! Alter! Ja, schon wieder, ey! Es kann aber nicht angehen! Was ist das für ein Fickding hier? Ja, ja, immer diese Beate-Use-Hefter hier! Meine Güte! So! Tapp der Inventory! Toll! Geht nicht! Ah! Orientierung für die Klass-D-Personal? Hey! Ha! Sie haben etwas Arbeit für dich! Mach mir ein favor, und steck aus dir selbst! Just folge mich! Oh, und von der Seite! Wir sind verpflichtet, um zu töten, irgendwelchen Dissabedient-Test-Subjekt zu töten! Ja, nun geh doch, du Fickstgestalt! Mach deine Briefkassen zu! Du kriegst du einen Milzbrand! Zahn... Zahnstocher! Dr. L. Please report to... Heavy Containment... Checkpoint... C. Checkpoint C? Man, I'm hungry! Hey, today's pizza day, down at the cafeteria, right? Uh, please understand, uh, I think, uh, today is, is, uh, Monday, and, uh, the doctor... What? Pardon? But it's delicious. Tuna Casserole, on the other hand, is a disgusting abomination... Oh, fuck you, shut up! ...and it should be locked up in here with the rest of these freaks. Fuck you! Uh, oh, okay... You're tired, hello? They just don't want to go to the mess with the hot pants. Sure, the cafeteria does... Is it going to? Is it going to break up? Or something? Is it? Well, we're here! Huh? Just get in there and follow all the instructions, and then... ...and no problem with these two... ...yeah, yeah! Yeah, yeah, you're a mother, ey! So! Now get with you! Ey, Klaus! Klaus! Robo Klaus! Du stinkst! Ich geh mal lieber raus hier. So bitte steig dir direkt am Kontakt mit SCP-173 und... Fuck you, Mama! Fuck you! Schon wieder tot! Was ist das für ein Spiel, Alter? Das ist doch Gehirn-gefickt, ey, nee! Alter, ein Ding mach ich jetzt noch! Der Irre Dennis! So, wenn das jetzt sich hinhaut, dann... Was ist das denn für ein Schluck Späch da? Oh Gott, ist der hässlich. Was ist denn das, was er da hat, das lange Teil? Hä? Ja, wie gesagt, also... Ich hab das Ding noch nie gespielt, also... Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich verkack. Ich hab keine Ahnung. Sorry, war... Ja, ja, immer dasselbe hier.